Okay, drei, zwei, eins. Okay, jetzt pass auf, pass auf. Okay, muss nicht selber. Ah, verdammt, ja, du getroffen. Oh, schade, Heiko. Jo, willkommen zur nächsten Adventure-Mail mit dem Deadcheap. Ja, hallo. Und dem Cars Crafter. Hallo. Heute mal wieder. Ah, ist an. Schlagen ist an. Oh, nein. Und die Map ist von, wo ist er? Adihab LP. Dankeschön. Und hier ist auch schon der erste Leitung. Raus. Nee, da ist keiner. Und einschicken steht alles in der Videobeschreibung. Ach, steht sogar Map bei Adihab LP. Guck mal, tett, tett, tett. Ja. Komm mal hierher. Stell dich mal hier rauf. Nee. Komm. Ich will nicht. Komm, stell dich auch mal rauf. Da steht Sterbehilfe dran. Bist du bescheuert? Komm. Los, rein mit ihm. Ah, Mann. Los. Nein. Sollen wir erstmal speichern hier? Kann man das speichern? Oh. Okay, Regeln. Eins, nichts abbauen, außer es wird euch erlaubt. Zweitens, Spaß haben oder auch nicht. Nimm. So. Ja, nimm. Also nicht. Nimm aber jeweils nur eins davon. Ja. Ich nimm auch nur so ein Viertelstack von dem Scheiß, ey. Ja, stimmt. Das sieht voll eklig aus gerade. Ja, ne? Ja, das sieht aus wie so ein... Ach. Wie eine Kanäle. Wie so ein unpanierter Nugget, finde ich. Kaninchen, alter. Das ist meine Jump-Run-Map. Ich habe immer Knöpfe angebracht für Tag und Regeln. Ausmachen, den Regen hasst jeder nicht. Spiel auch friedlich, wenn die Zeit reif ist, dann stellt... Da ist irgendwie nix mehr da. So, ich habe mal Nacht gedrückt. Sollen wir schlafen hier, oder? Ja, komm, lass einfach schlafen. Ja, den Regen angemacht. Dann macht er extra. Quatsch. Kann überhaupt nicht sein. Komm, Heiko. Quatsch, also... Hast du schlafen? Ja. Ich weiß, wir müssen nicht liegen bleiben, haben mir viele Leute schon erklärt, aber da ist der Regen wieder aus, glaube ich. Oh. Ne, kann man aber doch hier ausschalten. Das stimmt. Und wie immer gibt es Geheimnisse, geheime Kisten, Items oder Öfen. Hä, und jetzt? Was muss ich hier machen? Nach der Runde. Oh, verdammt. Da stand sogar der Schwierigkeitsgrad, ne? Das ist grün. Also extrem schwer. Genau. Rot ist dann für uns so ein Schaffer, wenn er sagt, das ist schwer. Oh. Ich hab meine Schuhe gar nicht an. Haha. Schon. Nacht. Regen aus. Geschweichert. Weiter geht's. Was denn schaffe ich die super billigen Sprünge nicht, ey? Und Keks. Level 2. Das Minecraft-Archiv. Ach, da ist das Ding da oben im Weg. Aber Heiko hat es aber nicht geschafft. Das beruhigt mich gerade. Mann. Haha. Ich würde nicht empfehlen zu supporten. Ne? Ne. Hey, hau ab. Da unten. Hau ab. Ey. Weil ich schon im dritten Bereich gleich bin. Krass. Okay, jetzt gleich nicht. Scheiße, abgekackt. Gott, Peter ist einfach mal so durchgesprungen, oder was? Ja klar, das war ja leicht. Ach, ich bin doch dumm, weiß ich. Ich laufe jedes Mal oben in der Mitte und springe gegen den Glasblock, Alter. Guck mal, wie blöd er ist, ey. Heiko muss immer stöhnen. Stimmt, dann schafft man's, ne? Ja. Ah, da ist er. Scheiße. Hä? Ja, was mach ich hier? Geschafft. Ich mach Regen aus. Ich mach den Regensound gleich weg. Das sind ja einfache Sprünge. Was hast du denn hier? Ach, ich hab's geschafft. Ja, hier kam ich auch weiter. Ich war auch schon sicher, dass ich durch war, aber dann kam ein Zäune. Boah, kann hier nicht Lava sein statt Wasser? Aber dann brennen die Sachen weg. Warst du hier schon hier hinten drin? Ja klar. Da ist auch ein Kuchen und so. Aber der Kuchen ist eine Lüge, steht da. Ach. Ja, der bringt ja auch nichts, der Kuchen. Boah, was hat denn? Boah, ich kann Hunger verlieren. Oh Gott, ich bin doppelt fünf Sprünge auf einmal gesprungen. Was? Cheather. Mah. Oh, diese... Dutdutdutdut. Ich mein, hier war ich schon, aber dann ist das... Ach, da ist eine Verarschung, da muss man gar nicht drauf. Okay. Nee, du kannst doch gleich da hoch. Warte. Nein! Warte mal. Ah, jetzt hab ich's gecheckt. Oh, warte nochmal. Oh. Was? Nummer mal? Oh, bitte, bitte lass das wahr sein. Oh, das ist wahr. Nein, das will ich versuchen. Was denn? Mann, der hat einen Bogen da hinten, der Ficker, nein. Wo war der denn? In den Dispensern. Hau ab! Wo waren da Dispenser? Ja, auf diesen Glowstone-Dinger, da sind, äh, Oven, ist da, Oven. Nein, ich war so gut, hör auf! Huh, das ist gut, das gefällt mir. Ach, er ist schon geschworen. Hau ab! Hau ab! MAAA! Es reicht schon wieder auf mich Ziels, also. Es zieht sich bei mir alles zusammen. Der Druck, der Druck war zu groß. Ich hab sogar einen Speeddrang und den behalte ich nun mal für Notfälle. MAAA! MAAA! Der macht mich nervös, wenn der da oben steht und schon nur guckt, weißt du? Der beobachtet einen mit seinen Augen. Mit seinen eckigen Augen. Mit seinen Augen. Genau, die meisten beobachten mich ja mit ihren Füßen. Zum Beispiel? Guck mal, der Heiko ist ja da. Was ist los? Bist du runtergefallen oder was? Ja, ich wollte dir nochmal helfen. Unterstützung geben. In der Luft! Oh, verdammt. Nicht, nicht! Boah! NEIN! Noch zwei Stücke hätte ich gebraucht. Ich häng ja an dem Ding fest und ich will nicht weitergehen. Willst du da gleich rüberspringen? Ja, ich glaub das geht. Ich hab ne Idee. Komm doch mal her. Nein, du boostest mich nicht. Doch, ich booste dich. Nein! Das funktioniert nie, Heiko. Brauch das Gel. Du boostest mich immer runter. Nee, nee, nee. Also ihr seht schon. Komm, komm, jetzt, jetzt hüpf. Hüpf gerade rüber. Nee, ich hab Angst. Auf die meine Fresse. Oh nein. ferr! Hä, Peter Mach, komm, komm! Weißt du, warte, ich hab den Tranker gefunden ich nimm den jetzt. Oh. Warum nicht hier? Warum nimmst du den denn da? Weil der doch hält eine paar Sekunden. da steht aber sind weil jetzt kann die 1 war okay und jetzt bringt gleich auf die nein war nicht weiter den sprung versuchen mit hat sie wieder runter gehauen da wäre sie ihn runter genommen voll idiot und einer schießt du wichser ich habe nicht das war ja ein geheimnis meinst du versteckte items dadurch da du immer ich spring mit mit shift auf den fall drauf krieg sogar oben noch fallschaden ach so ich draufstehen wie geht das denn vorhin gerade dachte ich so ach die lutschen weiße gleich in level 3 jetzt herkommen wir dann versuchen wir das kommen ja und jetzt gleich richtung doch kommt was bock ok bist du bereit ja gut das war ja das finde ich jetzt auch ist eigentlich einfach so volle lutsche entschieden hier hinspringen ja das war ein warte peter pass auf schau zu ich wusste jetzt selbst darüber okay warte ich komme sofort der speedrank verwirrt mich da war keine gute idee hinzunehmen warte cool oder nein ok jetzt spring gleich auf die platte da hinten oder was ja ok 3 2 1 ok muss ich selber boosten hast ja krass das war der anfang na gut dass ich auch friedlich schade da sind schweine drin ok wird jetzt schwieriger dafür wadebogen bestimmt auch du kannst du auf der anderen seite ah sehr gut damit wir uns nicht blockieren boah ja lol die dinger sind ja geil ey hallo ach man ist mein speedrank immer nur anjau naja man der hört gleich auf dann kann ach man jetzt muss ich auf einen schießen weil nix klappt ähm na schaffst du bitte komm hallo nein na ok nicht 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 also das ist noch echt leicht da vorne also danach ist gleich eine coole idee hab ich aber nicht so genau oh mein gott kann jetzt hier drauf eigentlich oh ja das ist cool ne oh 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 warte 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 ich hab die idee nein ha 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 der wollte dich runter schießt bitte pass auf nein nein ich wollte ein fein auf die druckplatte schießen guck mal hier steht versuch es nicht das klappt nicht hast du schon versucht ja wahrscheinlich direkt darüber zu springen ne ja aber vielleicht hat er es nur gesagt ne das funktioniert wirklich und man soll nur denken das nicht funktioniert oh mein gott das ist aber cool eigentlich ne ja oh mein gott jaaa nacht aah ich hab's auch geschafft yeah aah der heiko kommt nicht schlecht heiko wo denn wo kommt er denn ha noch fein und bogen drin hier ah mein kart tschüss tschüss ah da oben ist noch ne kiste habt ihr die auch gesehen die hier ach ne jetzt sehste ah lol was war da drin der unfriedensstifter äh ein poison und splash potion of regeneration oh nein jetzt musst du mich beeilen dankeschön dankeschön bau eine diamantenspitzer und zerstöre das obsidian ah loll das hatten wir auch mal das war auch nicht schlecht ich hatte gerade den reflex mich vor dem loch zu ducken und bin dann mal ausgestiegen los sie haben eine craft quest ok ok ich hab schon mal nen bogen mach warum findest du mit deinem bogen man warum muss ich hier nie so weit lang fahren wegen der akustik ach doch heiko mach steine so äh baue eine diamantenspitzhacke und zerstöre das obsidian okay gib mir drei steine ich warte hier schon mal ok was brauchst du noch kohle ach guck mal er sagt wir sollen noch friedlich spielen wir haben aber Hunger brauchst du noch kohle weil wir essen ja kohle mach in den ofen also hast du noch keine ja ne genau war da eine pickaxe irgendwo drin mach das mit der pickaxe weißt du er steht da und guckt sich ja da an der Pfanz ey ok ich glaub wir brauchen noch ne Schaufel hast du jemand schon ja hier hinten ah da sindste doch vier noch ja keine mehr keine mehr fünf werden wir jetzt genommen hier hier tu eisen hier rein kohle brauchen wir hier drin kohle 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 nur noch kohle ich bratsch schon mal muss nein hau ab guck mich an guck die splashbrowschen an grab hier mal steht hier guck mal was ist denn da derbehilfe bestimmt war da drin Boxhandschu lol ey da ist da ist Knockback 2 drauf au lass die in Ruhe ja Waffen weg au sonst gibts hier gleich ne runde Giftgas für uns alle na wer hat denn besser um Pingen Heiko gib mir die Waren bitte 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 du hast so ewig Sticks ne ja stimmt es wird gestickt aber Peter ist voll der Pinkler ey ey der hat mir einfach das Eisen weggeschnappt krass erst mal die Dias ne warum weil sonst die durch Obsidian kommen also doch schon aber dauert 15 Minuten pro Stück glaube ich ach quatsch der geht voll schnell das ist bestimmt eingestellt dass die so weg platzen baue gleich zwei Stück du brauchst ja nur zwei rausbacken stimmt wir könnten zwei bauen gib gib warte mach ja so alles kaputt hier ey hör mal so erstmal die erste Lampen kaputt schlagen Boxhandschu einfach so so Boxhandschu kann ich ja auch raus hallo genau da du ich so ist dann so der Gag dahinter du hast ja ne Pickaxe man ich? ich hab dir nur die Pickaxe gegeben hä? ah die liegt da lol ich würd mich ja da durchquetschen wenn ich der wär ich auch immer diese zwischen ein mal ein Loch ist jetzt ein Mal ach ist das dein Spanns ey das ist so klar nein so wären wir nie fertig genau fangen wir alles an zu bauen wenn wir hier schon einen weg haben ja das ist einfacher hier in diese Ecke mach ich doch nicht noch näher da dran jetzt wieder ich hau hier auch da ey ich war doch schon fast fängig Müll da rein hau ab man hau 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 bau wieder zu hau hau der Pickaxe da ist ein Hopper in nem Hopper in nem Hopper ich wollte ja den Obsidian zum bauen ey ja gut dass nicht eins fallen ob sie die Andingern aufgehoben hab oh lol ich meine wir direkt für alles nehmen warte schlafen aber wir sterben eh nicht ne ne irgendwie nicht ne also Regen aus hast du Regen angemacht hau ach Toggle Downfall ist immer ein Befehl Toggle Downfall boah was macht das? ahhhh boah ich renne so schön vor weißt du ich wusste nicht was da passiert was passiert da einfach nur so da fährt das ein also rechts auf der Seite fährt das ein bis auf das Ding wo die Platte drauf ist ne hier nicht hier guck mal siehste hier nicht siehste ach was fährt da ein ja die Steine da ja die Steine da